Zwei haben sich aus dem Startblock gelöst, eine ist nicht mit dabei. Genau, wir fangen unten einfach mal an, wieder in der Kurve mit dem Mitklatschen für die zwei Mädels, damit sie sich nicht so alleine fühlen hier auf der Bahn. Mit der 353, Mareil Beetz, TSV Riederich und mit der 66, Julia Borg, ART Düsseldorf. Beide relativ eng beieinander, Julia Borg jetzt etwas eher bei der Hürdenüberquerung. Aber jetzt schieben sich wieder ein bisschen zusammen, letzte Hürde entscheidet. Außen, Mareil Beetz, ganz knapp, würde ich sagen. Zwei Leute arbeiten.